Im Fernsehen spielte Kathi die lesbische Gefängnis-Insassin Walter. Da stellt sich den versammelten Klatsch-Promis natürlich die Frage, ob da was Wahres dran war? Frauen sind toll, nur habe ich schon sehr früh festgestellt, dass ich eben nicht auf Frauen stehe. Ich habe das ausprobiert, das ist nicht meine. Und ich finde, wenn man das früher... Ach, tatsächlich? Ja, ja, ich habe das ausprobiert. Also richtig auch intensiv? Ja, intensiv. Aber inwiefern ausprobiert? Also am Anfang hast du dann schon gemerkt, da könnte was sein, weil sowas... Nee, mein damaliger Freund hatte zwei Frauen kennengelernt auf Ibiza und traf die beiden in Zürich. Da war ich dann irgendwann in Zürich und er musste weg und ich merkte schon sofort, diese Frauen sind zusammen. Also nicht nur, dass sie in einem Bett schliefen, sondern es war ganz klar, dass das eine Beziehung ist. Und er verneinte das immer. Und dann dachte ich immer, hat er jetzt Interesse nach denen? Wobei die so ein bisschen Interesse an mir zeigen konnten. Na, hat es geknallt? Habt ihr was gemacht zusammen? Um das schneller zu machen? Ja. Wirklich auch zuzugeben, ja, ich hatte mal eine intensive lesbische Erfahrung. Da ziehe ich wirklich eine Wut vor. Würde mich dann nochmal mehr interessieren, wie man das so im Detail alles so erlebt. Also sie war arbeiten, ich war unterwegs und kam nach Hause und mit einmal stand sie da, als ich auf den Lichtschalter drückte. Da war das so eine Intensität und da ich wahnsinnig gerne knutsche, so. So, dann haben die geknutscht. Und dann dachte ich so, äh. Und da war sie dann in meinem Bett. Oh. So, und dann warf sie mir das Kissen zu. Und dann gab es so eine Art Kissenflacht. Und dann fand ich das unfassbar lustig. Dann wirklich übereinander eher nicht knallen, im Sinne von knallen, sondern fallenknallen und lachend. Und, äh, aber so war das. Ja. So war das. Und dann haben wir miteinander geschlafen, auch wirklich, ich wusste es gar nicht, kannte es gar nicht. Also ich, ich überlegte immer nur, was würde ich mögen, was ein Mann mit mir tut. Ja. So. Und so war diese sexuelle Begegnung. Ich habe ja früher in den Frauenknast geguckt und da hat sie ja auch schon eine lesbische Frau gespielt. Und es war ganz spannend, heute nochmal zu erfahren, dass sie ja selbst im wirklichen Leben noch die, dieser, schon diese Erfahrung gemacht hat. Ich finde, du bist so toll, auch wenn man sie mal anguckt und so, und was ist nicht mein, oh, ich habe Sehnsucht, die anzufassen. Ich möchte mit einer Frau zwischen die Beine gehen. Ja. Und ich fände, das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht meins ist. Ja. Für mich ist eine offene Gesellschaft wunderbar. Ich liebe, dass, dass es freier geworden ist. Und das Wichtigste ist, dass man ein Mensch ist. Ich glaube an eine tiefe Liebe und wenn die nochmal sein soll, dann wird sie zu mir kommen und das werde ich merken.